willkommen zu einer neuen folge pokémon go und wie ihr vielleicht bemerkt habe ich heute mal meinen schreibtisch rum gedreht das heißt man sieht nicht mehr hinter mir das fenster wo das licht rein scheint und den adi sein kratzbaum sondern man sieht hier die pinnwand den kane sieht man auch und seine glatze hier hinten ist noch ein sticker von team mystic bruder das ist gar nicht hier mystic von team keine ahnung das gelbe team auf jeden fall ihr seht der rams ist hat auf jeden fall voll die ahnung habe ich nie behauptet und wir wollen heute mal kurz noch es ist ja es jeden tag kommt was neues raus für level 50 die anforderungen die punkte die benötigten punkte die aufgabe die es gibt status werde und stärker rang liste wurde jetzt auch veröffentlicht weil ihr wisst ja wenn ihr dann die pokémon nicht mehr auf level 40 sondern sogar bis level 50 pushen könnt dann kriegen die natürlich auch mehr wp und wenn jetzt das höchste krasseste pokémon vielleicht auf 4100 noch was kam und dann könnt ihr die pokémon einfach auf über 5000 wp pushen das erreicht dimensionen da möchte man gar nicht darüber nachdenken vor allem wie teuer das dann wird von den staubkosten von den bonbonkosten und allen mehr aber das wieder zweigeteilt den ersten mal geht es um die level 50 anforderungen es sind jetzt immer mehr details bekannt geworden level 50 anforderungen hier mit den xp ihr wisst bei 20 millionen seid ihr level 40 ja jetzt seht ihr hier belohnungen die ihr bekommen für den level aufstieg die können wir eigentlich jetzt mal links liegen lassen wir gucken mal wirklich nur auf die ep es gibt ja viele von euch die sind schon level 40 die haben weiter ep gesammelt und ihr wisst ja dann welches level ihr wert wenn jetzt mit einmal diese levels eingeführt werden ihr könnt ja mal reinschreiben wenn ihr nur auf die erfahrungspunkte guckt welches level ihr dann wert dazu müsst ihr natürlich nur eure gesamt punktzahl nehmen und vergleichen mit 26 millionen punkten werdet ihr also level 41 bei 33,5 millionen 42 bei 42,5 millionen also knapp zweimal level 40 seid ihr also dann 43 das muss man sich mal ihr seid zweimal level 40 da denkt man das ist dann level 80 nö das ist erst 43 bei 53 millionen seid ihr level 44 bei 66 millionen seid ihr level 45 bei 82 millionen level 46 bei 100 millionen level 47 bei 121 millionen level 48 bei 146 millionen level 49 und bei 176 millionen was für eine komische zahl der ramses steht jetzt kurz vor den 300 millionen sprich rein von den erfahrungspunkten her wäre er direkt level 50 wie sieht das bei euch aus wie viele erfahrungspunkte habt ihr welches level wert ihr wenn man einfach nur die erfahrungspunkte nimmt hier ist das alles auch nochmal deutsch deutsch übersetzt hier seht ihr nochmal auch die ganzen äh belohnungen die es gibt wir gucken nur mal bei level 50 was es gibt für belohnungen 50 hyper bälle 50 top dränke eine elite lade tm das ist auf jeden fall sehr cool 2xl sonderbonbons ist auch cool braucht man ja 5 mal rauch 5 glückseier 5 superbrutmaschinen 5 log module neue kleidung das taucht immer mal zwischendurch auf hier bei 50 neue kleidung bei hier neue schuhe bei 49 neue pose bei 47 neuer hut bei 45 neue pose bei 43 ansonsten natürlich items die man sonst auch immer wegschmeißen kann oder nicht unbedingt braucht trotzdem der ramses wäre schon level 50 rein von den erfahrungspunkten her der falco habe ich glaube ich gesehen hat reingeschrieben er wäre level 43 also müsste der so um die vielleicht hat er so 45 millionen oder so keine ahnung wie gesagt die leute haben immer gesagt in der raid mania warum machst du ein glücksei an du bist doch schon level 40 jetzt seht ihr warum man immer weiter levelt und das wirklich die level 40 ja untereinander nochmal geschieden hat wenn einer frisch level 40 war oder wenn einer schon 5 jahre lang level 40 war dann habt ihr nochmal die kosten von den xl candies die ihr braucht zum entwickeln von den pokemon zum hoch pushen und die staubkosten pro level ab aber wir gucken direkt mal auf die xl bonbons um ein pokemon von level 40 auf 50 zu pushen benötigt man insgesamt 256 xl bonbons plus den dazugehörigen sternstaub normal wenn ihr jetzt level 20 ein legendäres gefangen habt und wollte das von 20 auf 40 pushen habt ihr 248 bonbons gebraucht und jetzt von 40 auf 50 braucht ihr nochmal 256 xl bonbons ja es kostet 100 reguläre bonbons ungeachtet von pokemon um ein xl bonbon zu generieren das ist ja eigentlich schon mal gut oder auch nicht gut ich weiß es nicht ist es gut dass man wirklich um taub sie zu pushen also hier steht es auch nochmal hihihi würdet ihr also beispielsweise 25 600 drei quasar bonbons benötigen für alle power ups auf level 50 aber ebenso 25 600 taub sie bonbons für level 50 ist das cool dass man 25 600 bonbons nimmt und damit dann taub sie pushen kann das so teuer ist sowohl das so ein dreckiges pokemon ist oder ist das zu teuer ich meine jeder sagt ja ich hab doch eh 50.000 taub sie bonbons aber ist so ein kleines trash pokemon hätte das nicht günstiger sein können und so ein legendäres kann ruhig teuer sein wie kann ein taub sie und ein raiquaza auf einer stufe sein von den kosten aber das ist ja so wenn man die wahl hat raiquaza oder taub sie zu pushen sollte man natürlich raiquaza pushen aber ihr habt ja schneller äh 25.000 taub sie bonbons als 25.000 raiquaza bonbons das muss man sich vorstellen 25.000 raiquaza bonbons damit ihr raiquaza von level 40 auf 50 pushen können ihr braucht aber ihr müsst ja erstmal eins auf level 40 haben dass ihr dann mit 25.000 bonbons nochmal auf level 50 pushen können aber ihr könnt die ja nicht nur umwandeln ihr kriegt die ja trotzdem auch noch anders ihr könnt die ja auch anders generieren ich hoffe da steht noch was dabei xl bonbons werden auch durch das ausbrüden von eiern ok und das fangen von pokemon belohnen jetzt kann man natürlich kein raiquaza ausbrüden also gibt es ja wahrscheinlich nur xl bonbons von den pokemon die aus eiern kommen das fangen von pokemon schön wenn ihr jetzt ein taub sie fangt und kriegt ein xl bonbon dafür super aber raiquaza da müsst ihr auch immer erstmal warten bis das in den raids ist dann den raid finden dann den raid schaffen dann den raid gewinnen dann das überhaupt mal fangen also das scheint etwas komplizierter zu sein ja ja na jendik hat bereits angekündigt dass es künftig noch weitere wege geben wird wir empfehlen also aktuell nicht alle ressourcen in ein pokemon zu stecken no lasst das wartet erstmal bis ihr durchs tauschen welches bekommen könnt xl bonbons können inzwischen auch durch das tauschen verdient werden also tauscht mal schön jeden tag 203 quasar geht nicht ihr könnt ja nur eins pro tag tauschen aber trotzdem ihr seht hier die entfernung ihr kriegt ein normales bonbon aber auch ein xl bonbon was einfach dreieckig ist und aussieht wie ein stück kuchen gerade bei waumball wunderbar platinmedaillen das sind jetzt auch die werte bekannt das ist ja auf es wurde ja eine tabelle veröffentlicht was sie denken welche werte für die platinmedaillen angefordert sind jetzt sieht man die richtigen werte rising star 50 auf 150 triathlet 50 auf 100 picknicker 500 auf 2500 seitzier jogger kando sammler sammler ist interessant 2000 auf 50.000 forscher 2000 auf 2000 züchter 500 auf 2500 ihr wisst natürlich gerade nicht was das für medaillen sind alle aus dem kopf oder backpacker 2000 auf 50.000 das ist also pokestops drehen oh angler da geht es ja um carbador 300 auf 1000 kämpfer astrainer boah astrainer gut es sind schon mal keine 10.000 so wie sie dachten es sind nur 2000 ist das doppelte aber ich bin so weit von den 1000 immer noch entfernt das ist richtig schrecklich pikachu fan gut es gibt so viele pikachu ecognito hat sich um 2 champion 1000 normale raids machen und jetzt braucht ihr 2000 normale raids was will man bitteschön raiden ich mach immer nur den täglichen pass weg und immer nur bei einem fünfer wie will ich nochmal 1000 andere raids machen in den raids ist eigentlich wirklich nur schrott früher hat man wirklich macho mai despoda geradet despoda ist nicht mal mehr in den raids macho mai braucht man eigentlich auch nicht mehr warten bis ein event kommt wieder starter mit lustigen kostümen und hüten in den raids dann kann man vielleicht einer raids machen den ganzen tag und schön 1000 euro ausgeben für die medaille nochmal dass die von gold auf platin geht kampflegende 1000 auf 2000 kommt mit der zeit bärenmeister arena leider dann die höhen poker ranger bühnenstar bühnenstar sind beste freunde oder von 3 auf 20 das dürfte auch eigentlich locker sein pilot 10 millionen kilometer statt einer million ansonsten habt ihr hier auch die ganzen kämpfe in den einzelnen liegen habt ihr immer 200 gebraucht braucht dann 1000 kameramann statt 200 schnappschüsse 400 schnappschüsse das ist auch noch okay erlöser 1000 pokemon erlösen einfach nur sinnlos staubverschwendung held ultra held bester kumpel 200 beste kumpel oh man ich hasse das erbfolgerin hm 1000 guru der mega entwicklung 46 na gut das sind alle die es wahrscheinlich dann gibt aber 1000 mal eine mega entwicklung machen bei diversen pokemon wayfarer gibt es 500 mehr pokemon typen das ist auch in ordnung die einzelnen typen die es gibt sammeln fange 200 feuer pokemon dann 2500 feuer pokemon 200 geist dann 2500 geist vor allem stahl habe ich damals ewig zu knabbern gehabt drache durch die seed days und so ist das mittlerweile auch besser geworden sieht auf jeden fall sehr heftig aus dass ihr dann vier sachen habt wenn ich daran denke kann ich euch den artikel ja mal unten rein packen da könnt ihr selber nochmal die werde euch alle rauslesen ja und wenn ich daran denke kann ich auch euch den zweiten artikel noch unten rein knallen und zwar ist das der hier mit den status werden und stärke die stärke rangliste der pokemon wenn die nämlich alle auf level 50 gepusht sind dann kommen viele über 5000 und ihr habt ja so eine rangliste damit ihr seht welches dann das heftigste pokemon ist und platz eins belegt dann einfach das schwarze und das weiße kiurem die kommen dann nämlich beide auf 5206 wp gefolgt von mega glurak y mit 5037 letter king mit 5010 rege gigas mit 4900 13 mega ganger mit 4902 mewtwo mit 4724 was momentan ja so bei 4100 rumhängt dann 600 dazu bekommen auch kiogre graudon auf 4600 dialga regiram 4500 zekrom palkia 4500 dann kommt arkeos kenn ich schon wieder nicht aber ihr seht auf jeden fall wenn man die ganzen legendären wegnimmt ist letter king immer noch der anführer von den normalen pokemon mit 5010 obwohl es immer noch schlecht ist unrege gigas macht einen guten eindruck mit 4900 ist kein drachen aber hat natürlich jetzt nicht so sein einsatzgebiet mega glurak für die mega pokemon für die mega pokemon an aber kiurem ist trotzdem auf platz eins ihr könnt das ganze natürlich auch anders machen ihr könnt die liste mal nach wp nach den wenigsten wp sortieren und dann seht ihr das schlechteste ist dann carbador das kommt auf 310 genauso wie barschwa kommt auch auf 310 sogar azuril kommt auf 411 auf level 50 vonera ninjaturm sonnenkern sepurze potrot farbigel kokuna raupi 494 da kann der minicap wieder kommen ich sag's euch das ist aber auf jeden fall sehr interessant ihr könnt das alles wie ihr möchtet ihr könnt ja auch nach angriffswert sortieren dann seht ihr nämlich die oxys in der angriffsform wäre platz 1 mit 414 mega ganger mit 349 die oxys mit 345 galaflam flampion flampivian what digger trans transe 323 was hat den wenigsten angriff den wenigsten angriff hat potrot oooh dafür aber 396 verteidigung ist auch bei verteidigung auf platz 1 und die wenigste verteidigung hat fluveluf mit 32 alles andere hat mehr die oxys mit 46 das das ist schon mies ne auf jeden fall ist das eine sehr coole liste ihr könnt das auch hier nach alphabet ordnen alabis abra absol admurei aerodactyl ne oder nach hinten zytomega zwodronin zwirr zwirr 445 nicht sticht noch was hervor mel metall 4069 maxax 4062 äh ja terrakjum 4100 lugia 4100 wie gesagt Sehr interessante Liste. Guckt euch das mal an. Das war es von meiner Seite aus. Ich werde euch diesen Artikel verlinken. Genauso wie den mit der Tabelle. Was es alles für Belohnungen gibt. Was es alles für... Wie die Medaillen dann sind. Für Platin. Was ihr braucht von Gold auf Platin. Wie viel. Ihr könnt dann auch mal vergleichen. Bin mal gespannt. Ich glaube, wenn die Platin-Medaillen dann da sind, werde ich erstmal eine Folge machen. Meine ersten Platin-Medaillen. Und gucken, was ich von Haus aus, ohne was zu machen, direkt auf Platin habe. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und schreibt mal rein. Findet ihr die Kulisse besser? Oder soll ich den Tisch wieder rumdrehen? Dass ich wieder die schwarze Wand hinter mich machen muss. Und dass das Fenster wieder reinscheint. Aber man abends dann den blauen Schlauch wieder hat und alles. Das würde mich noch interessieren. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und heute 18 Uhr machen wir wieder einen Stream. Werden mal eine Stunde Meltanbox. Farmen und gucken, ob wir noch einen Shiny bekommen. Haben wir schon. Nehmen wir trotzdem noch eins mit, wenn es kommt.